und damit kommt zu einer weiteren folge mit mir dem geburtstagskönig terminus ich bin tot krass scheiße ja gut aber guck mal er hat ja fast 20 jahre regiert das ist ja schon überdurchschnittlich ja guck mal eine ganze linie junge der nächste könig ist cedric der 38 könig und das ist erstmal die letzte folge range das sage ich gleich wir wollen die teufel betrügen behandeln mit banden mit einer taube an das finde ich immer noch fast weniger geil als die maß verlieren werden sehen wir haben vor allem jungen prinzessin gehört die gegen ihren wilden burg dunkelfels festgehalten wird weil ich jetzt noch ein pferd holen und hin reiten noch mal dazu dass das die letzte folge sein wird ja stolz und glitzernd reitig ich habe so ein bisschen den spaß dran verloren und wenn ich dann immer ein zwei wochen einfach gar nichts am sonntag bringen ist das ja auch nicht der sinn der sache ich glaube ich habe ein anderes spiel was ich auf jeden fall ein zwei drei wochen spielen kann und wenn ich dann darauf auch keinen bock mehr habe kann ich entweder wieder range bringen oder dann ist der sache erst mal frei vielleicht finde ich was anderes ach ja seid ihr der könig seid ihr wegen der meid hier ja so gut hier nehmt sie wird niemand getötet ihr seid wegen der prinzessin gekommen da ist sie ende aus will ich sterben mein held sie seid ihr zurück her hat euch unser kleines abenteuer gefallen der tache war nicht billig ja wir möchten euch bitten die neue kirchen zu segnen nein euch geht es durch bitte folgt mir majestät etwas schreckliches geschehen ja hallo nein ich will jetzt nicht ohnmächtig werden ok wieder wach kleiner könig gut ich bin gefesselt und schön jetzt hört gut zu nicht werde der senator genannt und ich ja wir haben das geräusch immer zieht euch hoch und ruft lauf ok rennt ins dunkel zu schnell ihr könnt rechts auf der gras hoffentlich gibt es hier keine bäume rechts links an euch hört ihr leute rufen links nicht in diese richtung lauf nach rechts rechts das ist so schnell ihr könnt rechts ja komm weiter rechts ja für das auch nicht jetzt aber wir rechts erinnert durchs dunkel schnell könnt rechts hier entlang hier entlang der stimme er lauft über gras einmal links rechts rechts stämme weiter ich darf ich das spiel ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden was das immer soll rechts ein fluss in der nähe weiter rechts rechts weiter ich glaube so hart im kreis was denn hier los nehme er einfach meine hand und führe er mich meine fresse ja also die leute da wenig ich darf nicht nach rechts ich soll nach rechts alles klar mach ich könnte jetzt aufhören zu laufen danke ja guten tag das bist du sie kommen nicht bewegen ist der sassen kann euch die leute vorbei auf 9 jahren bleibt stehen das ist schön wir sind sicher majestät wir sollten zur burg zurückkehren ich bin euch aus der burg gefolgt und zahl was cedric ferringen euch angetan hat danke dank mir nicht ich hätte alles für euch getan danke das mag ich nicht ich kann euch ein paar dinge beibringen ja ja ich spreche das eigene wort zugando nach der art des ostens aus das war nicht die richtige antwort geil dafür habe ich geld ausgegeben ja und verzweifelt irgendwas stimmt nicht und streichelt ja die zeit ist verschwunden der raum aus den fugen und da ist er wieder euer mund schließt sich als hätte jeder was kleiner könig kleine marionette eure macht ist absolut cool wenn ich es will weniger cool eure verzweiflung ist endlos ziemlich uncool wenn ich es wünsche könnte cool sein unser spiel hier wird langweilig ich glaube 1998 wird mein letzter bis ich kann nichts sagen ich will nicht bedrückend wurde jetzt teilt mir eure vorliebe mit cool derjenige den ihr bestimmt wird sterben versprochen ich scheitere nie ich habe jetzt schon das wunsch drei jahre seit unserem kleinen abenteuer vergangen ist es nein nicht nein nicht willst du mich sagen ich kann zu der tussi nur ja sagen ich bin dann den jahre schrecklich zu richtig leicht hier aufgefunden dass sie selber schuld wenn die nur ja ich kann rote ameisensbett der östlichen maroninen locken das ist immer gut dann greift die uns glaube ich erstmal nicht an weil die scheiße die maroninen des ostens greifen an wir können nur siegen wenn wir soldaten verpflichten die maroninen des ostens formieren sich unter dem banner eines schrecklichen kriegsherren entsendet ihr wie okay du wieder ich möchte ein lied für euch schreiben ich habe schon eine gute idee was denn eine himmel die zu ehren des himmels vorschläge ein schlachtgesang ein volks ja komm ja einmal ist schweifend das volk es dort gott nein ich möchte ja was ich große fresko voller allegorie in eurer königlichen tugend schmücken worte verkehr ich hab geld guck mal ich bin richtiger könig dahin und dann weg sei eure schulden zugleichen ihr seid tot naja komm oh oh es wirkt seltsam vertraut eigentlich für generation dass ich eure wahre enttäusche ich werde euch nicht mehr belästigen bleibt ach so jetzt habe ich ihm vorgeworfen dass er geklaut hat was eigentlich das hier was habe ich da unten eigentlich noch ist das das hospital cool ja nicht mit es war gar nicht ein paar jahre wegen dem scheiß teufels geduld und dem weg wenn ein reich komm tu was wir können ein problem haben ein mönches brüder gebissen und es greift rasch um sich wer will blablabla ich kenne einen berühmten ich kenne einen berühmten mini sänger lasst die verlieblichen melodien erfüllt sein ja vielleicht wird das die stimmung im königreich eben ja fanatiker haben das hospital geplündert sie meinen nur gott können sie durch eure berührung ich weiß nicht was ich antworten soll ich verstehe die fragestellung nicht sage ich jetzt ja die haben das geplündert das scheiße oder ja nur gott kann nee gott kann nicht ok ich glaube ich habe richtig ich war gegen gott das fand die kür nicht geil in der hauptstadt ist die cholera ausgebrochen der blaue tod warte ist mein ding weg oh 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 während der die leute ist dicker kerl häng gar das was hast du schon wieder woher wusste ich dass ich das bin ich wollte bloß ein paar umarmungen liebe und viel süßes zu erteilen ihr seid schräg meine kunst gefällt euch ich das merke ich ich gehe ins das königreich ist noch mal mehr geschmack geil dafür gibt mir geld ihr lasst ihr händler die werke des minnesängers verkaufen kein ton wird mehr erklingen traurig egal geld ach der könig nicht mehr in den schatten cool ich habe immer ein blauer oh ja lauer pilz die händler gehen verkauft waren die traditionellen kloster her gezählt werden das ist immer ein ende das ist immer ein der 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 finde ich nicht cool das war schon wieder fast 20 jahre ist doch schön einer noch dann haben wir 40 könige hinter uns das ist ja auch sowieso was ich stelle jetzt sofort so gut steht meist zählt unsere handelsbeziehung zum osten verschlechtert sich rapide dort ist halt viel reicher als die jahre hat das denn so nein keine kreuzzüge mehr die insulana bedrohen uns greifen wir sie an bevor sie uns angreifen okay nein ich will nicht mehr spielen wir eine runde roter zwergmajestäte zunächst mit kleinem einsatz ich möchte euch nicht ruinieren verpiss dich unter der burg haben wir nein wir müssen das publikum wir müssen auf das publikum zugehen die hinrichtung sollen sterben ist langweilig baut feuerwerk und spiele ein gibt uns genug macht um euren gottes recht durchzusetzen der papst bereit dafür zu bezahlen ja komm das macht spaß hat spaß gemacht außerdem ist das kein dauerhaftes hoch oder da hat gar nicht die übernommen wir sollten geld für die gemeinne scheude ausgeben ja immer gern ein großbrunnen zerstört eure burg meistert die garnisieren die garnisieren leider ja wir haben angegriffen bettler dringen in unsere straßen vor dass sie in ruhe genauer ist los das haben die katzen zu mir und das feuer ist sicher was geht nicht das an was geht sie das an mister was geht sie das an er steht erklärt die kirche sich zu und brennt das kloster nieder danke kirche dass ich gegen den könig stellst das merke ich mir wir sollten mit dem orient handeln wir können der kohle 10 prozent aller gewinne anbieten sei denn straße das schon wieder dieses geld hoch mache aber das ist okay wir würden die regierung eurer sie beschreiben kampf lustig getreide ist derzeit sehr billig meister den brotpreis anpassen nur leicht was sind die tugende was sind die tugende des guten königs übergewertet ich könnte ein hospital eröffnen ja also der kirche los warum findet ihr alles scheiße ihr seid scheiße der immer den ihr bekämpft hat eine schwäche es wäre nicht so anständig aber mögt ihr sie ausnutzen ja in den minen sind wir auf gold gestoßen soll wir tiefer graben nein ihr seid so klug majestät ihr seid bei uns allen ein beispiel ich habe ehrlich gesagt angst dass die kirche darunter leidet ich glaube die kirche nicht darunter gelitten ich habe eine bitte würdet ihr ach so nein dass der würdet ihr mir die große gewirrige gegen eine ausgrenze als lehnen geben was das ist ja schnell ich gebe mich dass wir nicht sagen ich will euch aufwachen spart gehen sehen nein hier wird nichts bezahlt ein riesiger schüttert die erde bei power die schickt eure priester zur hilfe das war negativ abschießen und seinen kopf zurückschicken ja ich meinte abschließt ein hamburg bedienen ja ja muss ich leider aber ich gibt es ein bisschen kopf gästen da kriege es will noch mein könig wir müssen die bedingungen des feindes akzeptieren was ok ihr seid verhaftet ihr habt die geburt habe ich ich bereue dieokratie aber heißt das ich kriege jetzt kein geld mehr durch die seienstraße ok der kriegst ja auch wenn wir euch treffen oh nein lagos schmago agovago junge ich kann übersetzen ja klar halt bewegungen nach gibt hier ein pferd durch schaubere blick und ich habe ihn beleidigt aber ich glaube darauf wäre sowieso hinausgelaufen ja so ihren stehen vor unserer stadt und ich bin tot ehrlich gesagt weiß ich nicht was ich hier mit bedrückten teufels heute machen können ihr füllt die letzten resten eures herrs an und sterbt auf den stufen des throns ich bin aber auch auf dem thron bitch oder davor falls euch diese erst mal letzte folge von wenn es gefallen hat dann noch bei den positiven werten kommentieren dann schreibt beim nächsten mal wieder ein weil da spiele ich etwas anderes etwas anderes königliches ja wie gesagt ich habe erstmal keine lust ich kann auch abschließend ein bisschen was dazu sagen raines macht spaß es ist ganz cool was da immer geschichtlich so abgeht aber für folgen wird es langsam ärgerlich da immer das gleiche passiert und neues nur sehr 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 selten passiert und wenn man auch langsam die tricks und ein paar kniffe kennt wenn zum beispiel ein paar leute irgendwas wollen und du weißt das geht nach hinten los sagst du halt von vornherein nein und die sache hat sich erledigt und weiß ich es gibt noch ein relativ billiges dlc vielleicht werde ich das als nächstes angucken aber ich weiß nicht wann ich habe ganz ein bisschen die lust an range verloren weil wie gesagt immer das gleiche ansonsten ist es ganz cool ich glaube es ist nicht so teuer deswegen kann man sich das absolut geben ich müsste mal vielleicht googeln was man so weitermachen könnte oder ob es da andere tricks gibt aber sonst war es noch bisher naja wie gesagt termin ist raus bis dahin und tschüss ich habe ein schwert in der brust